und da sind wir direkt wieder zurück weitergehen so gary g warum muss ein starker krieger will ich holz hacken ja warum nur mr alba lino wir lassen die beiden krieger bei uns wohnen dafür machen sie die arbeit praktisch dunkler sinn ja dann geht bestimmt dass frauen immer kochen müssen das ist nicht wahr ich kann auch kochen als allein wenn man alleine lebt muss man ja auch wie von irgendwas essen von irgendwas leben irgendwas essen let's gameplay muss ein starker krieger wie ich ein feld fort krähen schützen so und warte hier geht ein seil runter also terror zero ja ich weiß dass ich in einem bund stecker aber ich genieße gerade die ruhe hier unten hat du kannst du also kannst du ruhig gehen naja ok du kannst da drin bleiben ist ja und das große haus hier noch na wen haben wir denn da knuckle fan habe ich das ich glaube ich habe mich verschrieben ich glaube le wird da geschrieben naja tut mir leid wenn es falsch geschrieben ist knuckle fan 111 ich kann viele instrumente spielen nun lerne ich klavier zu spielen so und hier haben wir xx kirschkuchen xx willkommen in meine herberge hier ist jeder willkommen wer bist du xx harry xx koldi xx ich helfe immer mit dafür bekomme ich etwas mehr essen x feier bei einer menge x habe ich in dieses haus eingebaut ich wurde zur unterhaltung der kinder hergeholt aber hier gibt es kaum welche ja irgendwie schon hast du auch was mit x im namen ist da dummkopf nein hast du nicht in meinem alter wäre es gefährlich wäre arbeiten sicher sehr gefährlich da trinke ich lieber ist auch viel ungefährlicher bock draconis oder so und du wolfenstein 181 schläft auch haben wir viel gearbeitet die beiden gut dann war es das hier mit diesem dorf die man mal kurz zu dir ist noch irgendwas heilkräuter ja kaufen aber zwei für alle fälle und treffen hier fünfmal denselben super pro major wir niklas 99 en sind alexele 123 100 die der batim 52 79 spektakulären oldschool 180 fünf linge das ist anstrengend das mal immer wieder zu machen erwarte das nicht noch mal das nächste mal wollen wir geld dafür meine brüder sind alle so geld geil können durch telepathie zueinander sprechen eher coole brüder und wir sehen level 51 schon wir werden immer stärker und mächtiger was zum wie kann man so schon aus einem wald in eine wüste kommen naja ich kann mir das auch egal sein die wüste sehr originaler name natürlich stand ja auch von mir und wir sehen gar nichts mehr also ich sehe noch was ich hoffe ihr könnt das dann auch noch sehen und hier ist eine höhle mit zwei leuten komapunkt glaube ich wird das gelesen aber ich weiß nicht ich denke mal komapunkt komapunkt wahrscheinlich wir schützen vor dem sandsturm da draußen und vorher faust ist wir sind auf einer trainingsreise aber dieser landsturm hält uns einfach nur auf naja sagt stumm ist böse ich weiß da ist noch eine höhle und da ist ein monster naja jetzt wieder neue fähigkeiten und zwar cosplay anlehnung an tales of the world nach der kirin dungeon und hier neue attacke stimme jeder dumme kann doch sprechen und gutes bild bei gedünglich kann man gut sehen und guter schnitt ein so guter schnitt blendet den ein oder anderen gucken wir uns mal an ja ja stimme cosplay erhöht die verteidigung wenn man sich mehr sachen anzieht logisch boah du bist stark camp studio weißt du das gut nächstes das schlüssel schlüsselschwert hurricane kingdom hearts so machen wir die kurze pause die attacken zeigen oh er hat überlebt äh gut was haben wir noch die macht der bananen eine heilattacke wer hat einen schaden bekommen du gut yeah donkey kong country 3 haha daneben und hier kommt kopieren erhöht stärke indem man die fähigkeit des gegners kopiert ne sie verteidigen sich weiter und jetzt kann ich noch die letzte attacke zeigen schock der jahreszeiten anlehnung an äh zelda oracle of seasons bam tot und ach verdammt jetzt habe ich vergessen zu sehen wie die monster heißen na was machst du xx spirit äh sprite e x sprite x ich weiß nicht ich kam von weit her um diese komischen felsformationen zu suchen was können sie nur bedeuten hm xd was könnte das nur heißen wer kann das schon wissen äh irgendwo hier muss noch eine höhle sein glaube ich ja da äh die nächsten monster ähm nur direkt die stärkste attacke youtube störung ja natürlich wer liebt es nicht gestört zu werden und was haben wir noch youtube upload ja im internet geht es ziemlich langsam wenn man was hochladet ach du bist verwirrt äh du bist paralysiert ach du bist tot zack zack jaj der schnitt war so gut das hat ihn geblendet äh und guter schnitt so bam was das und schlüsselschwert hurricane jetzt bist du stumm ich hab dir den schmunt abgeschlossen lebenswasser yeah aber jetzt hab ich nicht gesehen wie äh truhen heißt oh technische probleme okay jetzt haben wir auch alle monster hier gesehen naja technische probleme sind auch sehr nervig 5 super tank und 5 super tinktur gefunden yeah ach da lag ein skelett vor mir deswegen konnte ich nicht weiter und dann haben wir noch zwei wie das sind bomberleger würde ich das mal lesen meine höhle raus okay poseidonia ist gemütlich hier okay dann will ich mich mal nicht stören deine höhle hast du ja eben schon gesagt äh da in der mitte war ich schon oder ja war ich dann hier ist auch eine höhle mit nichts gut dann gehen wir mal weiter hm schon raus aus der wüste und wir sind in wüstensstadt sandow 0 0 0 8 li li la la wir können den ganzen tag im sand spielen diesmal hockt hier keiner im brunnen und du bist echt schnell du händler mr nasox willkommen wanderer heim hier besuch hier bekommen reisende einen platz zum schlafen und etwas essen depogo 09 ich bin die chefin der wandernden kriegerinnen dementsprechend auch die stärkste okay xxx c0p xxx ich bin mitglied bei den wandernden kriegerinnen und als vizechefin tätig hier 991 fritsch oder so ich bin auch ganz neu bei den wandernden kriegerinnen aber ich will mein bestes ge- Moment oh verschrieben mein bestes geben destiny mage 98 äh 89 meine ich ich bin die schatzmeisterin der wandernden kriegerinnen ich habe die ehre unser geld mit mir herumzutragen jaja kannst aber doch abhauen ne merkt keiner und da steht noch jemand und zwar dark j1 nach Norden geht es in die Berge aber keiner traut sich dorthin weil es dort sehr gefährlich ist naja das wollen wir doch mal sehen wenn sich da wenn sich da keiner hintraut äh hallo mit dir reden ikramisaru ich bin in die wüste gekommen um meinen tan mit meinem tanzen ich habe schon wieder einen fehler um mit meinem tanzen etwas geld zu verdienen aber die leute hier haben selbst kaum geld und was machst du denn da so neun dante 6 komm und bestaune meine kaktusplantage wie die für ein viecher da mhm cybex ich trinke gerne kaktusmilch jo spielt ja vielleicht gut der mangatyp ich will meinen Sohn zum Krieger ich wollte meinen Sohn zum Krieger ausbilden aber stattdessen züchte der Kakteen was habe ich noch falsch gemacht nebulus mirage oder so mein Vater regt sich immer bei meinem Bruder auf ich dagegen bin sein ganzer stolz jo eine Kriegerin als Tochter statt eine statt eine ganz normale warum auch nicht joy ich glaube da bin ich eine 6 vergessen kann sein 1,2,3,4,5,6,7 oder so naja p ich verstehe nicht was ihnen an diesen Dingen da gefällt was denn roxas xlayer bist du hier um eine wunderschöne Sammlung zu sehen kann ich das Schwert haben schade nein hätte mir gefallen gut dann hier rein Ice Edge 88 mein Bruder lässt unsere Mutter immer richtig arbeiten aber ich will mich nicht gegen ihn stellen sonst muss ich auch noch was machen naja CJ EastEnders meine Mutter beschwert sich immer obwohl meine Mutter beschwert sich immer obwohl ich ihr noch in ihrem Alter eine anständige Beschäftigung gebe Toob your cat mein fauler Sohn packt doch wirklich seine alte Mutter an in den Herd unerhört ja ja das ist unerhört wie kannst du nur gut ich glaub das waren auch schon alle hier oder ja äh